Hallöchen, meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir packen heute meine Kliniktische noch einmal aus, denn die ist tatsächlich schon fertig jetzt. Ich bin jetzt in der 37. Schwangerschaftswoche mit meinem dritten Kind und ich werde euch jetzt zeigen, was ich diesmal in die Kliniktische eingepackt habe. Ich habe natürlich auch die letzten beiden Schwangerschaften immer ein Video zur Kliniktische gemacht. Die könnt ihr euch auch gerne einmal anschauen, wenn ihr möchtet. Ich habe jetzt in dieser Kliniktische wirklich alles drin, wo ich der Meinung bin, okay, das brauche ich wirklich, das braucht man wirklich für eine Entbindung. Aber es ist auch immer noch sehr, sehr individuell tatsächlich. Ich zeige jetzt aber trotzdem mal, was ich hier drin habe und ich würde sagen, wir legen los. Als Tasche habe ich mich wieder wie beim letzten Mal für diese Mami-Bag hier entschieden. Die ist von Schild Home. Eine ganz, ganz tolle Marke, wie ich finde. Und es ist eine ganz, ganz tolle Tasche. Ganz oben habe ich einmal einen Zettel drin liegen. Da stehen Sachen drauf wie Mutterpass, Krankenkarte, Ladekabel, Stativ. Das muss halt später noch rein. Das muss ich später noch reinpacken, wenn wir losfahren. Genau, dann habe ich einmal hier unsere Unterlagen aus dem Krankenhaus. Das habe ich bekommen bei der Geburtsanmeldung. Da ist schon der Kindergeldantrag ausgefüllt, fertig. Da ist schon alles für die Geburtsurkunde drin, fertig. Das müssen wir also nur noch dann, ja, im Krankenhaus abgeben. Und dann ist es fertig. Habe ich alles schon erledigt. Ganz oben habe ich ein rotes Handtuch drin. Das rote Handtuch ist für nach der Entbindung. Das wurde jetzt hier mehrfach bei uns gewaschen. Und ich habe es tatsächlich ein paar Tage bei uns im Bett liegen gehabt. Das heißt, es riecht jetzt tatsächlich nach uns. Richtig schön. Und das werde ich tatsächlich dem Baby dann überwerfen, wenn es geboren wird. Man empfiehlt das ja irgendwie, weil dieses Rot halt eben das Kind so an den Mutterleib erinnert. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich das mache. Aber genau, das lag jetzt wie gesagt ein paar Tage auch bei uns im Bett, sodass es richtig schön nach uns riecht. Es hat alles eine Reihenfolge in dieser Klinik. Das heißt, ich habe das wirklich so geschichtet. Das, was ich als erstes brauche nach der Entbindung, liegt ganz oben. Und dann halt eben, was man nicht so oft braucht, liegt unten. Beim letzten Mal habe ich, oder auch davor das Mal, habe ich eben gelernt, dass du direkt umgezogen wirst von den Hebammen dort nach der Entbindung. Also es wird alles fertig gemacht. Baby wird fertig gemacht. Du wirst fertig gemacht. Du wirst genäht. Dann habt ihr noch Kuschelzeit. Und dann, sobald du in das andere Bettchen gebracht wirst, um auf die wöchneren Station zu kommen, wirst du einmal umgezogen. Und dementsprechend ist es ganz praktisch, wenn du die Sachen direkt oben hast. Ich habe einmal hier mir eine Pyjama bestellt. Den habe ich tatsächlich bei Vinted gefunden. Und der ist extra zum Stillen geeignet. Ich finde den auch super, super schön. Ist ein sehr leichter Stoff. So sieht das Oberteil aus. Schön mit einer richtig schönen Knopfleiste. Und dazu eine Schwangerschaftshose. Und die hat hier auch noch so ein kleines Bündchen dran. Und ja, der Bauch nach einer Entbindung ist ungefähr so groß wie bei euch im sechsten Monat. So direkt nach der Entbindung und auch noch den Tag danach meistens. Dementsprechend achtet drauf, dass es auf jeden Fall noch schön bequem und schön weich ist. Genau, dieses Set habe ich einmal mitgenommen. Dann habe ich mir bei Shein ein Set bestellt. Genau, das ist jetzt nicht extra für Schwangerschaft gemacht. Aber ich finde es auch sehr, sehr schön. Und zwar ist es auch einmal mit einer Hose. Auch wieder ein ganz, ganz dünner, leichter Stoff. Und dann ist da einmal so ein Hemdchen dabei gewesen. Genau, einmal so ein Blusenhemdchen. Und das ist natürlich auch super zum Stillen. Aber ich finde es halt auch super, weil das muss man halt nicht so komplett zumachen. Das kannst du dir halt auch nur mal überwerfen als Cardigan. Oder du kannst es auch vorne knoten. Das finde ich super praktisch. Deswegen habe ich mir zum Beispiel auch dafür extra, ja, noch so ein weißes Stilltop eingepackt. Dann kann ich das da drunter ziehen. Und das Hemdchen einfach nur so, falls es zu kalt wird oder so. Genau, ein Stilltop also noch dafür dazu. Dann habe ich außerdem noch zwei weitere Stilltops mitgenommen. Einmal so eins und einmal so eins. Und auch noch mal extra eine Schwangerschafts-Leggings. Genau, falls ich mich irgendwie einsaue. Whatever. Genau, aber beim letzten Mal habe ich eine ambulante Entbindung gehabt. Das heißt, da hatte ich tatsächlich nur ein Outfit gebraucht, um nach Hause zu gehen. Und bei meiner ersten Tochter weiß ich es gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, da habe ich auch zwei Outfits gebraucht. Eins für direkt nach der Geburt und dann auch immer eins für nach Hause. Hier bin ich, glaube ich, echt ganz gut gewappnet. Dann mit diesen Sets. Ich kann ja zum Beispiel das eine Stilltop hier auch mit der blauen Hose zum Beispiel anziehen, wenn es wirklich sehr, sehr warm werden sollte. Und dann habe ich mir auch noch zwei Still-BHs eingepackt. Eigentlich bin ich so nach der Geburt direkt gar kein Still-BH-Typ. Muss ich ehrlich sagen. Also ich habe die immer sehr, sehr spät erst getragen. Da war das Baby schon einige Wochen alt. Vorher habe ich halt immer nur diese Still-BH-Tops angezogen, weil die auch deutlich bequemer sind. Aber genau, falls ich jetzt unter der Bluse wirklich nur den Still-BH anziehen möchte oder keine Ahnung, habe ich halt zwei Stück eingepackt. Ja, und dann habe ich für mich auch einfach nur noch ein paar Socken mit. Ich greife hier direkt meine Kulturtasche, meine Kosmetiktasche. Da habe ich hier die von den Kindern gemopst, wie ihr seht. So, und da sind auch wirklich nur die wichtigsten Dinge drin. Dinge, die ich wirklich nahezu täglich brauche. Alles außer den Massageball. Der ist nämlich für die Geburt. Habe ich mir extra gekauft, damit mein Mann mich vielleicht so ein bisschen unter der Geburt massieren kann damit. Und den Rest brauche ich wirklich täglich. So, wir starten einmal mit Shampoo. Das habe ich einfach abgefüllt in so kleine Flaschen. Einmal für meinen Mann, einmal für mich. Dann habe ich eine neue Bürste gekauft und direkt reingetan. Ich habe noch das Regenerationsspray von Lansinomid. Ich glaube nicht, dass ich das gebrauchen könnte, weil ich das Gefühl, also ich glaube nicht, dass ich eine Verletzung davon trage, weil es beim letzten Mal auch nicht so war, nur beim ersten Mal. Aber man weiß ja nie. Zahnbürste, Zahnpasta für meinen Mann und mich. Und dann habe ich auch nur noch meine Gesichtscreme hier abgefüllt in so ein kleines Döschen. Eine allgemeine Creme, die ich für alles benutze. Meine Tabletten, die ich brauche für drei Tage. Da ist alles drin. Folsäure, Schilddrüse und Eisen. Und dann einmal mein geruchloses Deo. Genau, das ist natürlich auch dabei. Außerdem noch zwei Haargummis für unter der Geburt, beziehungsweise auch wenn das Baby da ist, weil ja, am Anfang bin ich echt tatsächlich eher der Zupp. Das war es dann tatsächlich auch schon wieder in diesem Bereich. Also Schminke und all sowas brauche ich alles nicht. Das ist wirklich das, was ich täglich benutze und ja, was ich auch im Krankenhaus benutzen werde, sehr wahrscheinlich. So, dann greife ich einmal dieses Paket hier. Da ist einmal ein Messbecher drinnen. In dem Krankenhaus, wo ich bis jetzt immer entbunden habe, gab es immer auf den Toiletten einen Messbecher. Der ist halt dafür da, dass du den voll mit Wasser machst. Und wenn du Pipi machen musst, einmal kannst du es mit drüber gießen. Das ist bei Verletzungen wirklich so Gold wert. Und ich liebe das. Und ich habe tatsächlich für zuhause hier auch in den Bädern schon einen Messbecher stehen. Und ich nehme den jetzt mit, weil ich nicht weiß, ob das in dem neuen Krankenhaus, wo ich jetzt in Binnen werde, durch den Umzug, auch einen gibt. Dementsprechend vielleicht fragt ihr vorher nach. Ansonsten kann ich es euch absolut empfehlen. Viele empfehlen hier auch diese Po-Duschen, Intim-Duschen. Da bin ich tatsächlich nicht so der Fan von. Ich finde, da kommt einfach zu wenig raus. Deswegen hier hast du einen richtig schönen Strahl. Und ja, deswegen kommt der mit. Und dann habe ich für Stillen noch ein kleines Nachtlicht eingepackt. Genau. Es gibt da zwar so kleine Lichter ja am Bettchen meistens, aber auch das war mir immer zu hell und zu umständlich. Deswegen nehme ich unser Stilllicht mit. So, dann greife ich hier gerade meine Polaroid. Die habe ich auch extra nicht so tief unten reingepackt. Einmal mit einem extra Film noch, damit wir die auch nach der Geburt direkt nutzen können. Das hätte ich tatsächlich gerne bei meinen Mädels auch gehabt, aber da habe ich sowas noch nicht im Kopf gehabt. Dies übernehme ich sie auf jeden Fall mit. Außerdem kommt natürlich noch diese Kamera mit, mit der ich gerade filme, denn wir filmen natürlich auch wieder für euch. So, dann habe ich auch direkt hier einmal ein großes Handtuch und einen kleinen Waschlappen. Genau, falls ich dort duschen möchte, das stand da jetzt auch nicht auf der Liste vom Krankenhaus. Ich weiß also nicht, ob sie es da haben oder nicht, aber ich nehme es einfach mit. Dann habe ich mir noch ein paar, ja, Hausschuhe eingepackt. Die braucht man dort natürlich auch und das ist auch sehr, sehr praktisch. Da braucht man nicht immer seine Straßenschuhe anziehen, wenn man da mal schnell über die Station läuft oder auch im Zimmer oder so. Genau, deswegen einmal Hausschuhe. Dann kamen ein paar Snacks mit und Getränke. Ich habe mich hier einmal für Cola entschieden. Das ist, ja, gerade wenn ich Kreislaufprobleme habe, das ist wirklich mein Game Changer und mein Mann ist absoluter Cola-Liebhaber. Ja, und an Snacks habe ich gar nicht so viel mitgenommen. Einfach, ja, Salamis, ein bisschen Energy und ein bisschen Schoki für die Mama. Aber die Sachen werden wahrscheinlich eher für die wöchneren Station sein, weil unter der Geburt habe ich alles, aber kein Hunger. Jetzt starten wir offiziell mit den Sachen fürs Baby. Genau, ich habe hier ein kleines Säckchen mit ein paar Stillutensilien drinne und hier habe ich einmal zwei abgekochte Schnuller. Ich denke nicht, dass wir die gebrauchen werden. Ich habe sie einfach mal mitgenommen, weil es natürlich immer, man weiß nie, was kommt. Aber ich bin ja tatsächlich sowieso keine Schnuller-Mama, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin froh, dass meine Mädels keinen wollten und ich hoffe auch, dass der kleine keinen möchte. Aber natürlich habe ich trotzdem welche da und ich werde sie auch mitnehmen. So, dann habe ich hier, wie gesagt, mein kleines Still-Säckchen. Mein Still-Säckchen besteht aus zwei Multimarm-Kompressen. Einmal einer Lansino-Brustwarzensalbe und dann habe ich nur meine geliebten waschbaren Still-Einlagen dabei, ebenfalls von Lansino und ein paar verpackte Still-Einlagen. Die sind auch von Lansino. Die waren tatsächlich jetzt einfach noch übrig aus meiner letzten Wochenbettzeit und auch die Still-Einlagen. Die waschbaren sind auch noch vom letzten Stillen. Kann ich auch sehr empfehlen. Ich liebe die sehr. Genau, ich habe jetzt einfach mal beide Varianten mitgenommen, weil ich einfach auch nicht weiß, was gefällt mir dann tatsächlich am besten. Ja, und falls die waschbaren irgendwie ausgehen oder sowas, habe ich alles hier in diesem kleinen Säckchen drin. Ich denke auch nicht, dass ich dieses Säckchen gebrauchen werde, weil tatsächlich die Brustschmerzen bei mir immer erst einige Tage nach der Geburt gekommen sind. Für alle, die mich kennen, die wissen, dass ich meinen Kindern im Krankenhaus immer eigene Klamotten anziehe und nicht die Klamotten, die im Krankenhaus gestellt werden. Das habe ich bei meiner ersten Tochter so gemacht und bei meiner zweiten, wie gesagt, war eine ambulante Geburt. Und jetzt werden wir es auch wieder so machen, wenn wir im Krankenhaus bleiben. Das heißt, ich habe drei Outfits für den kleinen Mann eingepackt. Alles in Größe 50, wenn wir dort vor Ort sind. So, ich hoffe, das reicht. Dann habe ich zwei Meilenstein-Karten mitgenommen. Diese beiden hier für die ersten Fotos. Und dann habe ich hier noch einen extra Strampler. Da möchte ich tatsächlich auch gerne einfach ein Foto mitmachen. I'm new here. Das ist auch richtig, richtig mini. Der ist von Next. Und genau, den wollte ich einfach ein süßes Foto im Krankenhausbettchen mitmachen, muss ich ehrlich sagen. Und es ist natürlich auch schon das vierte Outfit dann, falls der Kleine sich irgendwie voll spuckt, so wie meine Mädels. Außerdem habe ich dann noch dieses coole Teil hier dabei. Das ist so ein Strampelsäckchen, was unten keine Füße hat, sondern offen ist. Das knotet man nur so zu. Das heißt, das Baby ist die ganze Zeit mit den Füßen frei. Und ich werde tatsächlich die meiste Zeit versuchen, den Kleinen nackig zu haben und ganz viel zu bonden. Und wenn wir dann doch mal irgendwie auf den Flur müssen, dann ziehe ich ihm halt das schnell drüber. Genau, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das kennt und ob es bei euch geklappt hat. So, dann dürfen natürlich auch Spucktücher nicht fehlen. Genauso wie ein Pucktuch. Also ich habe zwei Spucktücher dabei und ein Pucktuch. Das gehört einfach dazu. Bei einem Spucktbaby vor allem. Jetzt kommen wir zu dem Coming-Home-Set. Das, was wir anziehen, wenn wir nach Hause fahren. Und ein paar Söckchen habe ich hier noch gefunden für den Kleinen. Die sind wahrscheinlich auch nur für den Nachhauseweg. So, einmal habe ich schöne Strickstühchen für die Autofahrt. Natürlich, wir bekommen zwar ein September-Baby, aber auch da ist das hier wirklich sehr, sehr praktisch. Meine Tochter zum Beispiel, meine letzte kam im August und auch sie hatte Strickstühchen und Mütze und sogar eine Decke und eine Jacke an. Genau, dann habe ich zwei Mützen mitgenommen. Eine ist ein bisschen größer als die andere. Mal gucken, welche dann am Ende passt. Ich habe das Coming-Home-Outfit, wobei ich mir da noch nicht so sicher bin. Und zwar sieht das so aus, aber ich denke mir, vielleicht ist es ein bisschen zu unbequem fürs Baby. Ich weiß es nicht. Ich bin mir sehr, sehr unsicher. Es ist halt ein Wickelbody dabei und eine Latzhose, aber wie gesagt, kann auch sein, dass er nachher irgendwas von den anderen Sachen anbekommt. Das ist übrigens alles in 50, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass mein Kleiner auch wieder mit 50 geboren wird. Dann habe ich natürlich auch noch eine Strickjacke dabei. Wie gesagt, hatte meine letzte Tochter im August auch an, als wir nach Hause gefahren sind. Genau, so eine ganz dünne. Richtig süß. Auch ganz, ganz mini. Und dann natürlich auch die Decke. Einmal so eine schöne Strickdecke. Die werde ich jetzt aber wieder auspacken, weil ich mir tatsächlich eine andere bestellt habe. Und die hängt jetzt gerade hier. Und genau, die finde ich einfach noch ein bisschen schön, dass ich das aus Merino wolle. Und die ist nicht so fest. Und genau, deswegen werde ich die jetzt einpacken. Finde ich tatsächlich ein bisschen schöner. Oder? Was sagt ihr? Das Letzte, was ich jetzt hier eingepackt habe, ist einmal ein Set für meinen Mann. Das heißt, einmal ein frisches Set für ihn zum Wechseln. Da kommt noch eine kurze Hose dazu, falls er, also sehr wahrscheinlich wird er bei mir mit im Krankenhaus bleiben. Und dann kann er sich natürlich auch einmal umziehen. Das ist meine Klienteste für Baby Nummer 3. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob wir überhaupt da bleiben werden. Weil ich, wie gesagt, es kommt für mich nicht in Frage, allein dort zu bleiben im Krankenhaus. Ich bin nicht so der Typ dafür. Ich mag das nicht so gerne. Nur, wenn mein Mann mit da bleiben kann. Aber wir haben uns ein Krankenhaus rausgesucht, wo es sehr, sehr viele Familien- bzw. Einzelzimmer gibt. Und ja, ich denke, das sollte klappen. Ja, und dementsprechend habe ich auch gepackt für drei Tage ungefähr. Ich möchte mir die Ruhe tatsächlich gerne geben beim dritten Kind. Weil ich beim letzten Mal mit der ambulanten Geburt schon gemerkt habe, dass es echt stressig ist, wenn man direkt nach der Geburt nach Hause geht. Direkt wieder im Alltag ist. Und für mich war das einfach too much. Und deswegen möchte ich mir eigentlich gerne diesmal die Zeit nehmen. Aber mit den Schwangerschafts-, äh, mit den Geburtshormonen und diesem neugeborenen Baby nachher im Arm, werde ich, glaube ich, ganz schön damit zu kämpfen haben, dass meine großen Mädels zu Hause sind und auf mich warten. Und ja, vielleicht ist das nachher auch der Grund, warum ich nach Hause fahre. Aber wir werden das alles sehen. Ich werde euch dabei mitnehmen. Und vor allem auf Instagram, falls ihr also direkte Updates haben wollt, auch wenn es losgeht, folgt auf jeden Fall auf Instagram. Da gibt es sofort eine Story. Und ja, da werde ich natürlich auch mitnehmen, wenn wir nach Hause fahren oder auch nicht. So, und jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne mal eure Must-Haves für eine Kliniktasche in die Kommentare. Das wäre sehr, sehr cool. Damit auch andere Mamis, die gerade ihre Kliniktasche packen, einmal durchstöbern können, was sie auf jeden Fall einpacken sollten. Ich denke, ich bin mit dieser Kliniktasche wirklich, ja, eigentlich ganz zufrieden. Also, ja, abziehst du mal wieder ein bisschen anders als die letzte. So, und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!